Goldener Herbst. So langsam gibt sich die Landschaft in der Region immer mehr ein unverkennbar herbstliches Antlitz. Wie hier am Reutlinge-Rossberg hoch über Gönningen laden die noch immer angenehmen Temperaturen und die Sonnenstrahlen zur Entdeckungsreise ein. Nur vereinzelt setzt der Sommer noch das eine oder andere bunte Zeichen. Nicht nur die Wildrosen präsentieren sich hingegen jetzt mit ihren Früchten und deuten an, dass sich der Jahreszyklus der Natur jetzt allmählich dem Ende zuneigt. Auch am Stand der Sonne und den abnehmenden Wirkungen ihrer Strahlen ist zu spüren, die Natur bereitet sich allmählich auf den Einbruch des Winters vor. Untertitelung des ZDF, 2020